Ich müsste eigentlich mal aufs Klo ganz kurz, darf ich? Du hast schon 10 Sekunden. Warte, nee, 1-10. Was? Was hast du gesagt, Enrico? So aussetzt müsste man Geld sammeln. Ja, ist ein Bankraub sozusagen, Bankraub-Catcher-Mission, fand ich eigentlich ganz lustig, die Idee. Ich sollte ja abwechslungsreich gestalten. Ich muss ja abwechslungsreich gestalten. Bist du sicher, dass du den Job verlassen möchtest? Ah, die 2. Die 2. Wieder Sascha und ich gegen euch 3. Ja, das wird sich ganz nicht ändern. Wenigstens ausgeglichen dann, ne? Sahas Lache und dann sehe ich mit seinen Charakter mit der Joker-Maskin mit dem fetten Kritz. Wobei Sascha mit der Stimme, wobei Sascha mit der Stimme ja auf Batman ist. Oh, wir kriegen sogar ein Heli. Wir sind überall Helis. Kommt, ihr fliegt bei mir mit. Ach, wir müssen erst hinfliegen. Und dann seien ihr euch ab. Wenn, nein. Kommt. Da steht auch immer noch ein Auto in der Ecke. Aber sonst. So langweilig, ey. Dann muss man sich an der Kevin nur ein Abfall. Schiffstättchen. Na, da steht doch auf der Stelle. Die stehen hinter uns. Ja, die schießen. Ja klar schießen sie. Haben die ein Buzzard oder was? Nein. Oh, die sind zu zweit. und so ist schwarz gegenwärtig gewesen wenn du bei uns mit eingestiegen bist du nicht da hinten rum hängt achten scheiße der vorne etwas so ist gleich an der bank dass wir haben aber wir müssen ja wieder zurück ach so ich hab ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's sie doch kommt oder so ohne ende ja wir wissen doch unserem ruf gerecht werden kämpft dass wir den mpcs kämpfen und so naja stimmt aber auch noch andere achten scheiße und ob man hier war ein schuss tot ok lol lol wenn man stört wird man im jet gespacht so alten rotz ey oh geil so sind sie für die jetzigen die erste vier 1 heute hat mich bei den bankraub einfach zu einem krieg auf nicht das ist das ist ja auch ein geiles deathmatch gibt es auch aber weil es ja man ja was ob ihr das spielen wollt sowas mit das werk an ich denn hier muss das wäre eine idee so kommt über die stadt mit jetzt ja heute bis wir die fünf taschen zusammen haben welche lange das dauert ich glaube wir machen gerade ein bisschen was anderes so ein und weil er mir vorbeigeflogen aber du kommst du nicht mal in die Nähe von der Bank, die Bullen machen ja den ganzen Mist ich bin gegen die Wand geflogen ich bin tot ich will nicht zorn aber kommen sie nie an die Taschen mehr es ist halt blöd, wenn man schluckt, dass man einfach die Rechte haben zu kaufen oder am Jet naja, das meine ich damit ja gut, ich meine, die Jets zieht das Alter, wo gefühlte die Länge gerade so ein bisschen ja, du musst halt dann erstmal die Möglichkeit haben zu landen und sowas ich muss ja auch wieder zurückkommen ja, die Bescheid kannst du nicht landen dann kannst du nur loswerden nein, ich sterbe du bist du bist du bist du bist oh WHAM ja, wenn wir wenn wir das nicht beenden kriegen, muss ich dann halt beenden und noch mal neue Dings machen neue mission die playliste aber dann haben wir gesagt dafür machen wir das ja um auszuprobieren welche maps gut sind welche da gibt auch kein teil kein zeit limit das lustige ist da stand allerdings zeit dings beim einstellen mit wer da könnte man das wenigstens ein bisschen bist du dann spaß daraus machen und ist aber aller sturm schrott blinde du hast null chance in die bank zu kommen alter du wirst ja aus der luft schon weg geholt du willst du im fall schon landen du wirst schon der luft weg geholt ja ne du beenden wir machen werde ich glaube ich bin jetzt nicht mehr ob es jetzt wenn du drinnen bist du kommst mit der sturm schrott blinde du hast wirklich eine chance selbst wenn du den westen anziehst du brauchst mir richtige lassen ist kein problem machst du erst mal wenn die grünen vor dir sind zumindest eine seite nicht nur nicht oben und nicht nur vom himmel schießen bitte schießen alle vom himmel also ich bin den jet geflogen das schild ich habe auch nicht in ihr wort schon erkennt ihr dich schon was denn jetzt hierunter da stürmt in der helikopter gegen eine peile geflogen nein was bildet den player hast du eine macke was unser leben da war ich einmal drin da werde ich von zwölf ins geschossen stehe gewesen wir wollten verordnen normalerweise ist ja schon die frage sollte die kopf ist heute mit dem jet wegschießt kommt sie dann immer wieder neu da ist glaube ich end des kopfes ja ja ich kann natürlich die türen mit hinten lang hier rein ja durch die tür kam ich auch nie die es blockiert so vor wie willst du da reinkommen ja ich habe mir viel gesagt die pausen und die türen schon die raketen gerade ja schließen selbst die frauen also inshallah ja war klar damit und wie wollen wir jetzt rauskommen wir laufen raus draußen ist der fieftes rumgepolster ja ich dachte wenn ich jetzt wieder den scheiß hängen kann ich wahrscheinlich nein stürze ab Kau war er auf der letzten Ecke da unten er will den er kann doch die Tage da oben Waren das noch mal wie kann man denn da hinten die Treppe ist ja scheiße ich habe ja immer geboten und wir kriegen nicht eine Farbe auf dem Gebiet hätte man ja kommt nicht mal bis zu es war ein Versuch wert das klang halt recht lustig beim beim als ich das im Dings gefunden habe ja ja aber du kommst zwar in die Bank rein du kannst verpaschen holen aber sobald du irgendwo raus willst schießen die spielstück am halb also spielstück dann fünf stunden weil bist du da da bist mit der ganzen ich glaube mal schon das was funktioniert da brauchst du aber auch glaube ich mindestens eine volle Lobby für das das Problem sind die Kampfschätzer einmal schaut dann wieder wenn der wenigstens wie in der Nähe gesprungen aus dem Boden oder so dann könnte man das bisschen praktisch verarbeiten aber bis auf dem Kampfschätzer aufhalten das Zeug zu klaren aber eigentlich muss man den Bullen lassen ne gut verteidigt haben sie die Bank nein das war ja zum Versuch wert das hat nicht funktioniert und alles gut wie Marco schon selber gesagt hat wir probieren es aus ja are du 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 Untertitelung des ZDF, 2020